Mit diesem Memorial wollen wir uns zusammen an den Kultsommer 2022 erinnern. Mit dem ESAF 2022 durften wir eine Zeit erleben, die unvergesslich ist. Ich denke an das Eventdorf mit vielen kulturellen Highlights, das Festival der Trachtentänze, die Eröffnung vom Gobentempel, der Fahnenempfang oder der bunte Festumzug. Das Memorial steht für Erinnerungen an die einmalige Geschichte. An diesem Platz findet ihr die beiden Schwingelemente, der ESAF-Brunnen aus dem Athletendorf und eine interessante Infodabel. Hier oben können unsere Schwinger auch trainieren. Es tut ja auch gut, nicht nur im Schwingkeller zu trainieren, sondern eben hier draussen. Dieser ESAF-Brunnen hat Symbolkraft. Brunnen sind wichtig für Schwinger. Brunnen und Schwingsport, das gehört einfach zusammen. Das ESAF wird allen in allerbesten Erinnerung bleiben. Ich hoffe, dass das hier oben auch immer ein schöner Platz bleiben wird. Das wird auch sehr gut. Oh Gott, das wird auch sehr gut hier oben gekauft. Untertitelung des ZDF, 2020